Ja, willkommen zurück. Schön, dass du eingeschaltet hast. In meinem heutigen Video möchte ich einen kleinen Überblick schaffen, welche Garmin Uhr für dich am besten geeignet ist. Garmin hat ja hier eine Vielzahl an Modellen, viele Namen, viele Möglichkeiten und viele Funktionen und ich möchte einfach dabei helfen, hier deine ideale Reihe bzw. ein ideales Modell zu finden. Der Anfang macht dabei die Vivo Move bzw. die Lille-Reihe. Man kann es schon ganz gut erkennen, beide Uhren sind doch eher aufs Modische ausgelegt. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Abendkleid trägst oder ein Anzug, dann ist die Uhr auf jeden Fall besser geeignet als zum Beispiel jetzt hier eine normale Vorneuhr oder eine FX-Uhr, die dann etwas sportlicher und dicker aufträgt. Nichtsdestotrotz, du hast dann mit der Uhr auch die Möglichkeit, ein Herzquenz zu messen. Beide Modelle haben dann auch ein Herzquenzsensor mit an Bord und du bekommst auch die typischen Eigenschaften wie zum Beispiel Garmin Border Vetterie, aber auch ein Schrittzähler ist dabei. Das geht auf jeden Fall an dieser Stelle auch. Und die klassischen Funktionen wie zum Beispiel ein Kalorien-Tracking, aber auch die Aufzeichnungen der Intensivitätsminuten sind ebenfalls mit enthalten. Was wir bei der Vivo Move Trend-Reihe haben, wiederum aber nicht bei der Lille-Reihe, ist dann ein baromästischer Hüllmesser. Das heißt also, Etagen zählen ist mit der Lille 2 an dieser Stelle nicht möglich. Auch gibt es dann die Option, hier euren Pulsoximeter messen zu lassen und natürlich bekommt ihr dann auch hier das klassische Garmin Schlaftracking, was euch dann auch ein Sleep-Score anzeigt, das euch einfach anzeigen soll, wie gut du an der Nacht geschlafen hast. Und was das Aktivitäts-Tracking selbst angeht, so sind die Datenfelder natürlich sehr eingeschränkt, also sehr rudimentär. Und wenn du jetzt die GPS-Daten aufzeichnen möchtest, dann geht es mit der Uhr direkt nicht. Es ist hier kein GPS-Chip verbaut. Vielmehr müsst ihr dann die Uhr hier mit dem Handy verbinden, beziehungsweise mit Garmin Connect. Und dieses greift dann hier auf GPS-Daten des Handys zurück und überträgt es dann hier in die Garmin Connect App. Und dann habt ihr auch die Verbindung zwischen eurem Lauf und den GPS-Daten. Sollt ihr es an dieser Stelle nicht machen, zeichnet ihr den Lauf dann ohne Daten auf. Der ist natürlich an dieser Stelle etwas ungenauer. Wenn ihr euch entscheidet, das Ganze mit GPS aufzuzeichnen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel euch auch einen VO2 Max-Wert anzeigen zu lassen. Das wird hier ebenfalls ermittelt. Zusammenfassend kann man sagen, die Uhr ist ein optischer Hingucker. Wenn du jetzt wirklich nur sagst, ich möchte ab und zu mal ein bisschen was laufen und dann was aufzeichnen, der Rest ist mir nicht so wichtig, dann ist die Uhr vielleicht für dich eine sehr gute Wahl, weil man es auch, wie gesagt, zu allen möglichen Kleidungsstilen anziehen kann. Wenn du jetzt aber tiefer in die Materie gehen möchtest und hier mehr Sport machen möchtest, dann ist die Uhr hier nicht die erste Wahl. Als Ergänzung zu einer Phoenix-Uhr zum Beispiel, wenn du jetzt abends weggehst, kann man es sich auf jeden Fall benutzen, da man ja auch mehrere Uhren benutzen kann. Wie das mit mehreren Uhren funktioniert, dazu habe ich auch mal ein Erklärvideo gemacht, das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du es mal anschauen. Also wie gesagt, da wäre es auf jeden Fall eine schöne Ergänzung. Die nächste Uhrenreihe von Garmin richtet sich dann eher an die Fitness-Sportler beziehungsweise an die ambitionierten Sportler. Vielmehr geht es hier um die Venue-Reihe beziehungsweise Vivo-Active-Reihe. Ganz neue Modelle sind hier einmal die Venue 2 SQ als natürlich auch die Vivo-Active 5 und die Venue 3. Anders als bei den Vivo-Move-Trend beziehungsweise Lü-Uhren habt ihr zum Beispiel auch hier die Möglichkeit, Offline-Musik zu speichern und diese mitzunehmen. Bei der Venue 2 ist dann aber wichtig, dass ihr euch hier für die Venue 2 SQ-Music-Variante entscheidet, weil die Venue 2 SQ ist an dieser Stelle nicht unterstützt. Unterschiede gibt es dann auch bei der Größe. Während die Venue 2 SQ und 2 SQ-Music hier mit knapp 41 mm aufschlagen, so bekommen die Vivo-Active 5 hier schon mit 42,2 mm. Die größte Größe bietet uns dann die Venue 3 mit etwa 45 mm. Hier habt ihr dann aber auch die Möglichkeit, zwischen einer Venue 3 und Venue 3 S zu unterscheiden. Die Venue 3 S kommt dabei hier mit 41 mm. Ihr seht, hier ist die Vielfalt auf jeden Fall schon etwas größer. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Akkulaufzeit aus. Ich habe die Uhren jetzt hier im Always-On-Display-Modus getestet und da kam ich bei der Venue 2 SQ auf so knapp 2,5-3 Tage. Das gleiche dann auch bei der Vivo-Active 5. Jedlich die Venue 3 in der großen Variante schafft so etwa 3,5-4 Tage Laufzeit. Es kommt aber auch ganz darauf an, wie viele Sportaktivitäten ihr in dieser Zeit aufzeichnet. Unterschiede gibt es auch bei den Sensoren. Während wir bei der Venue 3 hier einen barometrischen Höhenmesser verbaut haben, so bekommen wir bei der Vivo-Active 5 als auch bei der Venue 2 SQ hier keinen Sensor in dieser Art. Ebenfalls unterschiedlich sind dann auch die Herzsequenz-Sensoren. Ihr bekommt nämlich bei der Venue 3 den neuesten Sensor der fünften Generation verbaut. Warum ist das wichtig? Wenn du später mal EKG aktivieren willst, falls es mal irgendwann in Deutschland freigeschaltet wird, dann kannst du es bei der Venue 3 hier aktivieren. Das geht bei der Vivo-Active 5 an dieser Stelle nicht, ebenfalls auch nicht bei der Venue 2 SQ, da sie hier einen älteren Sensor verbaut haben. Eine Besonderheit kommt der Venue 3 noch zutrage. Das ist die einzige Uhr von Garmin neben dem Vorgänger der Venue 2 Plus, mit der ihr auch direkt über die Uhr telefonieren könnt. Das heißt also, wenn das Handy mit der Uhr verbunden ist, könnt ihr hier Anrufe entgegennehmen bzw. auch Anrufe tätigen. Das ist aber nicht noch alles. Ihr habt dann auch die Möglichkeiten, hier auf die Sprachassistenten zurückzugreifen, wie zum Beispiel Siri, Bixby oder auch Google Assist und könnt hier die Befehle weitergeben. Ganz wichtig an der Stelle ist aber, das geht nur in Verbindung mit dem Handy. Das heißt also, die Nachrichten werden nur weitergeleitet. Die Uhr selber hat hier keinen LTE-Chip verbaut. Das heißt also, du kannst jetzt nicht rausgehen ohne Handy und telefonieren. Das ist an dieser Stelle hier nicht möglich. Darüber hinaus werden bei der Vivo-Active 5 als auch bei der Venue 3 einen sogenannten Rollstuhlmodus angeboten. Das heißt also, wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du es aktivieren und statt Schritte werden zum Beispiel deine Schübe gezählt und du bekommst dann auch angepasste Aktivitäten für Leute, die hier im Rollstuhl sitzen. Das haben wir so bei der Venue 2 SQ an dieser Stelle leider auch nicht. Was die Fitnessfunktion angeht, hier gibt es so kleine, aber feine Unterschiede. Alle Uhren unterstützen an dieser Stelle hier das normale Schlaf-Tracking. Das heißt also, ihr bekommt auch einen Sleep-Score angezeigt. Jedlich bei der Vivo-Active 5 als auch bei der Venue 3 habt ihr noch die Möglichkeit, hier Mittagsschläfchen aufzuzeichnen und ihr bekommt auf beiden Modellen hier ganz neu auch den Schlaf-Coach angeboten. Der zeigt euch einfach an, wie euer Schlafdefizit ist gegenüber dem, wie viel ihr eigentlich schlafen solltet. Das haben wir so bei der Venue 2 SQ leider auch nicht. Beim Training selbst bekommt ihr auf allen Uhren dann auch den Garmin-Coach angeboten, der euch hier für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon euch hier hilft, ja euer Zielzeit oder euer Ziel zu erreichen. Ihr habt dann auf der Vivo-Active 5 als auf der Venue 3 auch noch die Möglichkeit, hier direkt über die Uhr Intervalle zu erstellen und du hast natürlich dann auch die Möglichkeit, hier während des Trainings hier deine Daten anzeigen zu lassen und auch hier sind auf jeder Uhr die Datenfelder individuell einstellbar. Was die Aktivitätsaufzeichnung an sich angeht, so habt ihr bei der Venue 2 SQ natürlich auch hier die Möglichkeit, Laufen, Radfahren aufzuzeichnen, aber dann auch natürlich hier die Möglichkeit, eine Rudermaschine beziehungsweise hier Schwimmbadaufzeichnung durchzuführen. Bei der Vivo-Active 5 als auch Venue 3 Version habt ihr dann noch etwas mehr an Möglichkeiten, was das Aufzeichnen angeht. So bekommen wir zum Beispiel auch Mannschaftssportarten angeboten, wie Basketball, Volleyball oder auch Fußball ist möglich, aber natürlich dann auch Tennis oder auch Tischtennis ist dann ebenfalls mit im Programm. Beim Aktivitäts-Tracking Outdoor habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, mit dem internen GPS-Chip dann auch hier die GPS-Daten aufzuzeichnen. Das heißt also, du kannst hier ohne Handy rausgehen und dein Track aufzeichnen und siehst ihn dann später in Garmin Connect, sobald du dann beendet hast. Nach dem Aktivitäts-Tracking bekommst du jeweils bei jeder Uhr dann auch nochmal eine kleine Übersicht und du bekommst bei der Vivo-Active 5 als auch bei der Venue 3 nochmal eine Erholungszeit angezeigt, um das Ganze einzuschätzen, ja, wie lange du dich da eigentlich hier erholen sollst. Bei der Venue 3 kommt darüber hinaus hier noch hinzu, dass ihr auch die Möglichkeit habt, hier zum Beispiel nach Wattwerten zu laufen. Das heißt also, es gibt hier Wattmessung am Handgelenk. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt im Rad unterwegs und habe einen Leistungsmesser, den kannst du hier auch mit der Venue 3 verbinden und dann bekommst du auch diese Daten hier in Garmin Connect angezeigt beziehungsweise kannst du diese auswerten. Und mit der Vivo-Active 5 als auch mit der Venue 3 bekommst du dann auch noch einen Trainingseffekt angezeigt, das heißt also, wie gut oder wie hat sich das Training auf dich ausgewirkt und du bekommst bei allen Uhren dann auch noch einen V2 Max Wert, der wird ebenfalls ermittelt. Voraussetzung hierfür ist aber auch, dass du draußen mit GPS Daten läufst, weil dann wird der ganze Wert erst ermittelt. Und solltest du viel auf Reisen sein, dann könnte die Venue 3 für dich auch interessant sein, weil diese bietet auch den sogenannten Jetlag-Ratgeber. Da kannst du dann deine Reise hinterlegen, wo es hingehen soll und die Uhr hilft dir dabei, hier optimal ohne großen Jetlag hier an deinen Reiseort anzukommen. Das heißt also, sie sagt ja, wann du am besten schlafen gehen sollst, wann du am besten keine Aktivität machen solltest oder wann du hier Tageslicht vermeiden sollst, damit du dich langsam hier an die Zeit für deinen neuen Reiseziel oder für deinen neuen Ort gewöhnst. Was das Thema Trainingswitches angeht, so sind diese hier rar gesät. Ihr bekommt zwar hier die Ruhezeiten bei der Vivo-Active 5 und Venue 3 angezeigt. Was ihr dann noch hinzubekommt, ist bei beiden Uhren hier der sogenannte HRV-Status, also die Herzsequenz-Vabilität. Diese haben wir auch nicht auf der Venue 2 SQ, nur auf der Vivo-Active 5 und auf der Venue 3. Der sagt einfach aus, wie du dich in der Nacht erholt hast, konntest du gut schlafen bzw. hat sich der Körper regeneriert, weil es ja eine Sache, ob ich lange schlafe und der Körper arbeitet trotzdem, weil ihr zum Beispiel Alkohol abbaut oder weil ihr jetzt viel trainiert habt und der Körper einfach regenerieren muss. Das könnt ihr dann im sogenannten HRV-Status ablesen. Und zu guter Letzt, mit der neuen Garmin Body Rally bei der Venue 3 und Vivo-Active 5 bekommt ihr dann auch noch den Abendbericht angezeigt. Hier könnt ihr nochmal den Tags-Review passieren lassen bzw. kommt nochmal eine kleine Analyse, ob ihr jetzt einen Workout-Tag hattet oder ein entspannter Tag und hier wird dann auch mal ein bisschen Tipps gegeben, ob ihr dann vielleicht auch mal hier früher ins Bett gehen solltet. Das gleiche ist dann auch morgens, da gibt es dann den Morgenbericht. Hier seht ihr dann auf einen Blick, wie ihr nachts geschlafen habt bzw. dann wie ihr euch erholt habt. Die Herzfrequenz-Reabilität wird angezeigt, aber dann auch der Kalender. Ihr könnt aber beides auch komplett abschalten, falls euch das stört. Bei der Venue 2 SQ ist es leider an dieser Stelle nicht dabei. Was die Navigation der Venue 2 SQ Vivo Active 5 und Venue 3 angeht, so haben wir hier von Garmin von Haus aus zumindest keine Navigation mit an Bord. Du hast aber die Möglichkeit, sofern du hier ein Commode Premium-Abo hast, hier die Commode-App auf die Uhren herunterzuladen und du bekommst bei allen Modellen dann auch die Option, wenn du eine Krümel-Lagation durchführst, dir auch im Hintergrund eine Karte anzeigen zu lassen. Dabei bekommt ihr dann auch Abigenweise und habt das Ganze hier im Überblick bzw. könnt hier dann euer Ziel erreichen. Insgesamt kann man sagen, die Venue 2 SQ ist dann schon hier etwas das ältere Modell. Es fehlen hier zum Beispiel neue Garmin Body Battery oder auch die Berichte. Generell ist das eher die Einsteigeruhr in der Venue-Reihe. Fortgeschrittene wird es dann schon mit der Vivo Active 5, die etwas mehr anbietet, bis hin zur Venue 3, die natürlich hier im Fitnessbereich das Maximum ist, was ihr hier bei Garmin erhalten könnt. Falls sich noch ein genauerer Vergleich zwischen der Vivo Active 5 und der Venue 3 interessiert, dazu habe ich mal ein separates Video gemacht, da bin ich sehr ins Detail gegangen. Das verlinke ich dir oben mal, da kannst du auch gerne mal reinschauen, falls du dich zwischen beiden Uhren entscheiden möchtest. Bei der nächsten Modellreihe handelt es sich hierbei um die Vorne-Reihe. Vielmehr haben wir hier die Vorne 165, 265 und 965 als neuesten Modelle von Garmin. Es gibt dann noch die 255 als auch die 955. Der Unterschied ist hier, bei den neueren Modellen habt ihr hier ein AMOLED Touch Display, während die älteren Modelle hier noch ein Memory in Pixel Display haben, welches hier, vor allem wenn die Sonneneinstrahlung stark ist, hier seine Stärken aufweist. Was die Offline Musik angeht, so geht das Ganze hier auch auf den Vorne Uhren. Jedes Licht bei der Vorne 165 müsst ihr euch entscheiden für eine Musikvariante oder eine Nichtmusikvariante. Auf der 265 als auch 965 ist es hier bei allen Modellen direkt enthalten und da gibt es hier keine Unterscheidung mehr. Alle Uhren haben dann auch einen barometrischen Höhenmesser mit an Bord. Jedes Licht bei der Vorne 265 als auch 965 bekommt ihr dann auch noch das Kompass Widget angeboten bzw. das ABC Widget und ihr habt dann auch die Möglichkeit bei beiden Modellen auch eine Unwetterwarnung zu aktivieren, falls jetzt hier ein Gewitter im Verzug ist. Das geht bei der Vorne 165 an dieser Stelle leider nicht. Das ist an dieser Stelle aber noch nicht alles an Unterschieden. So bekommen wir bei der Vorne 265 als auch 965 dann auch noch sogenannte Multiband-GPS angeboten. Das ist das beste GPS, was Garmin aktuell anzubieten hat. Gerade wenn ihr in Täler unterwegs seid oder vielem Bergen, dann ist es auf jeden Fall noch mal besser, als mit allen Systemen zu laufen, wie es bei der Vorne 165 der Fall ist. Solltet ihr aber viel im Freigelände unterwegs sein bzw. ab und zu mal ein bisschen im Wald, dann werdet ihr aber zwischen der Vorne 165 und 165 hier kaum einen Unterschied feststellen. Bei den Fitnessfunktionen bekommt ihr bei allen drei Uhren dann einen Etagenzähler, einen Schrittzähler und auch die neueste Garmin Body Battery angezeigt, die ihr euch auf einen Blick anzeigt, wie viele Punkte ihr zum Beispiel für eine Aktivität verloren habt und ihr habt natürlich dann auch hier wie bei allen vorigen Uhren eine Stressmessung mit an Bord. Ihr bekommt dann auch den Abendbericht und Morgenbericht angezeigt. Auch dieser ist hier individuell abstellbar bzw. aktivierbar. Und natürlich haben wir bei allen Uhren hier auch das Schlaftracking mit dabei und alle drei Uhren haben auch die Option hier ein Mittagsschläfchen aufzuzeichnen, falls du dich da mittags hinlegst. Jedes liegt bei der Vorne 165 als auch bei der 965 gibt es momentan einen Schlafcoach. Dieser soll aber dann hier auf der Vorne 165 noch nachgereicht werden. Das kommt dann irgendwann mit dem Softwareupdate. Das heißt also, da sollen dann auch alle drei Uhren auf einem Stand sein. Große Unterschiede sehen wir dann aber bei den Trainingswidgets. Während die Vorne 165 doch dann sehr einfach gehalten wird, ihr bekommt dann auch hier einen sogenannten HRV-Status angeboten, das habe ich ja vorher schon erklärt, bei dem ihr dann die Herz- und Grenz-Vorabilität im Vergleich seht und ihr bekommt natürlich dann auch hier die Ruhezeiten. Was wir auf der Vorne 165 leider nicht bekommen, ist dann hier den Trainingsflow. Das heißt also, du kannst hier nicht den aktuellen Fitnessstand ablesen. Du hast aber die Möglichkeit, wenn du mit dieser Uhr trainieren möchtest, diese zum Beispiel mit TrainingPeaks zu verbinden oder mit Strava, dann bekommst du dann auch hier an dieser Stelle hier einen Trainingsload angezeigt bzw. eine erweiterte Trainingsanalyse. Alle drei Uhren unterstützen auch die VO2-Max-Messung hier beim Laufen. Ihr bekommt bei allen drei Uhren auch eine Laufprognose angezeigt und ihr habt dann die Option bei der Vorne 165 als auch der 965, sofern ihr hier ein Radleistungsmesser oder ein Indoor-Leistungsmesser anschließt, hier dann auch eine VO2-Max-Messung fürs Radfahren zu erhalten. Das wirkt sich dann auch auf die täglichen Trainingsvorschläge aus. Die VO1-65, 265 als auch die 965 bieten das einmal fürs Laufen an und wenn ihr wie gesagt ein Leistungsmesser habt, bekommt ihr auf der VO2-65 als auch auf der 965 tägliche Trainingsvorschläge fürs Radfahren mit angeboten. Neben den täglichen Trainingsvorschlägen hast du aber auch die Option, auf den Vorneuhren hier das sogenannte Wettkampf-Widget zu nutzen. Das heißt also, wenn du jetzt einen Wettkampf hast bzw. jetzt bei einer Firma im Lauf mitmachst, dann kannst du hier einmal eine Zielzeit angeben oder generell, dass du hier ankommen möchtest und das Widget erstellt dir hier ganz individuell einen Trainingsplan zusammen, um diese Zeit zu erreichen. Du bekommst aber nicht nur die täglichen Trainingsvorschläge angezeigt, du bekommst darüber hinaus dann auch noch eine Laufprognose, also wie schnell das Ganze reißt und siehst dann auch, ob du hier im Training bist und du siehst dann auch einen kleinen Überblick, wie sich dann das Wetter für den aktuellen Wettkampftag entwickelt bzw. wenn es noch weiter in der Zukunft liegt, bekommst du hier Durchschnittswerte angezeigt. Die VORNA 265 als auch die 965 bieten dir dann auch eine sogenannte Trainingszustand Widget an. Das siehst du auf einen Blick, wie dein aktueller Trainingszustand ist, das heißt also, baust du deine Form auf, baust du deine Form ab, hast du gerade Erholung. Das an dieser Stelle aber noch nicht alles. Beide Uhren bieten dir auch noch das Trainingsbereitschaftswidget an, das heißt also, du kannst dann sehen, wie bereit bist du für ein Training, solltest du jetzt lieber ausruhen oder kannst du es hier direkt loslegen. Ein Parameter, den wir nur auf der VORNA 965 erhalten, ist dann der sogenannte Hill Score. Der zeigt dir ganz einfach an, wie gut du hier am Berg bist, ist deine Fitness gut am Berg, ist sie eher schlecht und du bekommst das Ganze dann hier noch eingeordnet. Ebenfalls gibt es dann auch hier die Möglichkeit einer Höhenaklimatisierung, das heißt, wenn du jetzt hier in den Bergen unterwegs bist, dann ermittelst die Uhr anhand deiner Höhe bzw. wie lange du schon auf der Höhe warst, wie gut du dich der Höhe hier angepasst hast. Das haben wir so auf den anderen beiden VORNA Uhren an dieser Stelle hier nicht. Was die Aktivitäten angeht, so haben wir bei der VORNA 965 hier an Grundstück alles dabei, also von Schwimmen über natürlich dann Laufen, Radfahren, habt ihr hier eine große Auswahl. Sollte es dann Richtung Mannschaftssport gehen, dann müsst ihr schon auf die VORNA 965 zurückgreifen. Diese bietet dann auch hier Mannschaftssportarten an. Wenn es dann ein großer Umfang sein soll, also wenn du speziellere Sportarten hast, dann musst du hier auf die VORNA 965 zurückgreifen. Was die Trainingsaufzeichnung an sich angeht, so habt ihr bei allen Uhren die Möglichkeit hier auf die Uhr individuelle Intervalle zu erstellen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit mit allen Uhren hier auf Watt zu trainieren, das heißt also Wattmessung am Handgelenk ist ebenfalls dabei und ihr bekommt auch Laufeffizienzwerte am Handgelenk angezeigt. Jedes die VORNA 265 als auch die 965 unterstützen den HRM Pro und Plusgurt. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt hier verbesserte Laufeffizienzwerte haben willst oder auch die Balance, dann geht das hier nur mit der 265 als auch mit der 965. Falls ihr der Schwimmer sein solltet, ist darüber hinaus auch noch interessant zu wissen, dass nur die VORNA 265 als auch 965 im Nachgang hier Herzfrequenzdaten vom HRM Plusgurt abrufen kann. Das kann die VORNA 165 an dieser Stelle hier leider nicht. Nach dem Training bekommt ihr hier auf allen Uhren dann eine kleine Auswertung mit Ruhezeiten und auch Trainingseffekte. Jedes ich habe es ja schon angesprochen bei der VORNA 165 als auch 965 bekommt ihr dann auch hier noch einen Trainingsload angezeigt. Dieser wird dann hier hochgerechnet und so habt ihr eine Übersicht über eure aktuelle Trainingsbelastung. Solltet ihr hier nach Segmenten von Strava jagen und diese gerne auf der Uhr angezeigt bekommen, dann geht das hier leider nur mit der VORNA 165 das heißt also mit der 265 ist es an dieser Stelle hier nicht möglich. Und solltest du hier ein Multisport betreiben beziehungsweise Triathlon das geht erst ab der VORNA 165 das unterstützt die 165 ebenfalls nicht. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Navigation. Alle drei Uhren unterstützen hier eine Krümmelnavigation. Du hast also die Möglichkeit hier über Autoactive oder Komoot oder auch über Garmin Connect selbst eine Strecke zu planen und diese auf die Uhr zu übertragen. Jedes Licht bei der VORNA 165 bekommt ihr dann auch noch eine Karte angezeigt. Die ist auch sehr detailliert. Du hast so viele Points of Interest drauf und kannst dich dann auch sehr gut orientieren. Insgesamt kann man sagen wenn du jetzt ein Einsteiger bist ist auf jeden Fall die VORNA 165 eine gute Wahl. Wenn du aber sagst okay ich möchte ein paar Metriken mehr haben mehr Analyse und mach vielleicht auch Multisport dann ist auf jeden Fall hier Preis-Leistungstechnisch die VORNA 165 die erste Wahl. Und wenn du jetzt sagst okay Navigation ist für mich noch ein wichtiger Punkt ich möchte jetzt aber keine dicke Outdoor-Uhr tragen aber auch Karten dabei haben dann ist natürlich die VORNA 165 eine sehr gute Wahl beziehungsweise wenn du natürlich Strava Live-Segrunde machst dann ist es hier die einzige Wahl weil es ist wie gesagt die einzige Uhr die das an dieser Stelle hier unterstützt. Bei der nächsten Uhrenreihe handelt es sich um die Instinct-Reihe. Hier gibt es momentan drei verschiedene Ausführungen wir haben einmal die Instinct 2 in der kleinsten Ausführung die Instinct 2X die etwas größer ausfällt und die Instinct Crossover die auch noch hier ein Uhrwerk verbaut hat das euch hier die Zeit anzeigt. Die erste offensichtlichste Änderung ist dabei hier natürlich das Display. Ihr bekommt hier ein ganz ganz einfaches Display angezeigt das ist auch dann hier die Stärke der Uhr ihr habt nämlich hier eine deutlich längere Akkulaufzeit als bei allen anderen Garmin-Uhrern dadurch dass das Display hier deutlich weniger Strom verbraucht. Aber nichtsdestotrotz ihr müsst hier kaum auf Funktionen verzichten das heißt also auch hier bekommt ihr alle Fitnessfunktionen angeboten wie die Garmin Body Battery oder natürlich dann auch die Herz-Frequenz-Messung als natürlich auch die Herz-Frequenz-Vabilität und beim Training selbst bekommt ihr auch hier einiges an Aktivitäten angeboten hier gibt es eigentlich kaum Einschränkungen die orientieren sich dann eher schon an eine Phoenix-Uhr als an einer V1265 ihr habt auch die Möglichkeit zum Beispiel Multisport zu betreiben und ihr bekommt auch die Option falls euch das interessiert hier ein H&M Plus-Gurt anzuschließen und können dann auch während des Trainings hier weitere Laufeffizienzwerte wie zum Beispiel Balance anzeigen lassen beziehungsweise im Nachgang auswerten. Ein Alleinstellungsmerkmal zumindest Hardware-technisch verbaut ist dann hier eine Taschenlampe bei der 2X also ihr habt eine separate Taschenlampe ihr könnt bei der Instinct 2 zwar auch das Display hell machen aber das ist eigentlich nicht der Rede wert und so habt ihr die Möglichkeit wenn ihr zum Beispiel jetzt im Zelt unterwegs seid euch hier das Ganze dann auszuleuchten und dann kommen wir auch zum Premium-Outdoor-Uhren von Garmin in diesem Fall ist die Basis hier die Phoenix 7 Pro als auch die Apex Pro der Unterschied zwischen der Apex Pro und der Phoenix 7 Pro ist hier eindeutig das Display bei der Apex Pro bekommt ihr hier nämlich ein AMOLED-Touch-Display verbaut während es bei der Phoenix 7 das klassische Memory-Pixel-Display ist was wir auch schon von den Vorgängeruhren kennen bei dem Widget selbst bekommt ihr hier nahezu alles angeboten was Garmin zu bieten hat sei es also ein Jetlag-Widget ist ebenfalls mit dabei als natürlich auch zum Beispiel die Mondphasen die hier separat angezeigt werden oder ihr könnt zum Beispiel auch den Aktienkurs abrufen falls es für euch interessant ist genauso ist es dann auch bei den Trainingswidgets ihr bekommt einmal das Trainingsbereitschaftswidget angezeigt das euch wie gesagt hier anzeigt wie bereit ihr für ein Training seid aber dann auch das Trainingszustandwidget natürlich hier auch mit der VO2max-Messung die ebenfalls hier eine Laufprognose ermittelt und zu guter Letzt gibt es neben dem Hillscore den wir schon von der Fonda 965 kennen dann auch noch den sogenannten Ausdauerwert der soll euch einfach anzeigen wie gut eure Ausdauer hier bei langen Läufen ist also das Ganze wird ja vor allem ermittelt wenn du lange Läufe machst und diese im niedrigen Herzbegrenzbereich damit baust du deine Ausdauer aus und das wird ja hier in dem Ausdauerwert angezeigt eine große Stärke der Apex Pro als auch der Fenix 7 ist natürlich dann hier der Formfaktor beziehungsweise auch die Materialien die verbaut sind die Uhr sind generell robuster als jetzt hier die Vorneuhr das heißt also wenn du mal irgendwo anschlägst dann geht die Uhr jetzt nicht gleich kaputt das Ganze hier deutlich besser geschützt auch durch das größere Gehäuse haben wir einen größeren Akku verbaut das heißt also die Laufzeiten sind an dieser Stelle auch länger als hier bei den Vorneuhren und bei den Pro Modellen gibt es nun auch die Möglichkeit egal für welche Uhrengröße ihr euch entscheidet ihr bekommt bei allen Uhren hier eine externe Taschenlampe angeboten das heißt also hier könntest du aktivieren und euch ebenfalls das Ganze ausleuchten falls ihr das an dieser Stelle hier benötigt bei den Trainingsaufzeichnungen selbst bekommt ihr hier bei den Pro Modellen hier bei allen Uhren dann auch das sogenannte Multiband GPS angeboten das heißt also auch hier das beste GPS was von Garmin hier aktuell angeboten wird und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen wenn ihr euch für die Generation davor entscheidet hier ist nämlich so dass bei den einfachen Modellen hier kein Multiband verbaut worden ist das gab es dann hier nur bei der Saphir Solar Edition ansonsten bekommt ihr bei der Trainingsaufzeichnung alles geboten was es an dieser Stelle hier gibt also auch hier Laufeffizienzwerte am Handgelenk als auch die Möglichkeit das Ganze mit dem HRM Plusgurt aufzuzeichnen und hier nochmal genauere Werte zu bekommen wie natürlich auch die Wattmessung am Handgelenk und ihr könnt auch wie bei allen anderen Uhren hier auch das Display Design hier komplett selber individuell gestalten beziehungsweise mit den Daten die ihr wollt nur ist dann hier der Platz nochmal etwas größer als bei den kleineren Uhren jeglich die V10965 hat hier die gleiche Displaygröße wie die Apex Pro beziehungsweise Phoenix 7 Pro nicht weniger überraschend dürfte dann auch sein dass ihr hier auch tägliche Trainingsvorschläge fürs Radfahren und fürs Laufen bekommt auch hier ist es so ihr könnt dann auch vom Radfahren her ein Leistungsmesser verbinden sei es mit der Indoor Rolle als natürlich dann auch hier extern am Rad selbst ebenfalls bieten natürlich auch hier die Phoenix 7 und die Apex Pro das Wettkampf Widget an ich hatte es ja schon erläutert wie gesagt ihr könnt euren Wettkampf hinterlegen und dann werden die Trainings hier danach ausgelegt und das ist natürlich auch die Option hier an der Uhr selbst noch eigene Trainings zu unterstellen wie zum Beispiel Intervalle und diese dann hier durchzuführen was die Navigation an sich angeht auch hier wird dann eine Karte angeboten das heißt wenn du laufen gehst hast du auch hier den direkten Überblick und du bekommst dann auch die neuesten Karten das heißt also du siehst dann auch im Relief wie dann hier das Ganze vor Ort aussieht beziehungsweise wo die Berge liegen und kannst dich dann hier sehr gut orientieren für die Phoenix 7 als auch Apex Pro Reihe gibt es dann noch Ableger zum Beispiel die Tactic 7 die sich dann mehr Richtung Militär orientiert das heißt also die Basis ist dann hier die Phoenix 7 und die Apex Pro jedlich kommt dann hier zum Beispiel noch eine Kill Switch Funktion hinzu bei dem ihr dann instant alle Daten löscht oder einen Tarnmodus bei dem zum Beispiel GPS Chip abgestellt wird oder wenn du dann zum Beispiel fliegst bekommst du dann auch noch Flugdaten angezeigt beziehungsweise Informationen über den Flughafen anders ist es dann noch fürs Tauchen hier gibt es zum Beispiel noch die Descent MK3i die sich dann wie gesagt hauptsächlich fürs Tauchen oder ans Tauchen richtet da kannst du dann hier noch weitere Daten anzeigen lassen da habe ich aber jetzt leider keine Erfahrung ich bin jetzt selber kein Taucher oder dann auch die Quatex 7 die sich dann hier mehr Richtung Marine orientiert falls du dann hier weitere Seekarten brauchst dann ist die Uhr hier die erste Wahl für dich aber von der Grundfunktion her ist die Basis wie gesagt die Fenix 7 als auch die Apex Pro ja das Ganze soll jetzt einfach mal ein ganz grober Überblick sein was Garmin hier so anbietet ich habe natürlich auch zu vielen Uhren hier einen Test oder einen Review auf dem Kanal da gehe ich noch mal viel mehr ins Detail kannst du mal ein bisschen durchschauen dann wirst du die diversen Uhren hier finden insgesamt kann man sagen wenn du jetzt mehr im Fitnessbereich unterwegs bist das heißt also wenn du mal dann schlaftracken willst ab und zu mal laufen gehst aber jetzt hier nicht weitere Daten möchtest dann ist auf jeden Fall die Venue Reihe und die Vivo Active Reihe sehr interessant solltest du dann aber sagen okay ich möchte dann mehr Sportarten haben mehr Analyse dann werden hier die Vornereien sehr interessant beziehungsweise sind dann eigentlich die Uhr deine erste Wahl und solltest du jetzt hier vielen Bergen unterwegs sein oder hier eine robuste Uhr benötigen weil du vielleicht einen Job hast der die Uhr etwas mehr beansprucht dann ist auf jeden Fall die Instinct Uhr beziehungsweise Apex und Phoenix Uhren die bessere Wahl weil diese Uhren hier insgesamt etwas mehr aushalten da sind die Vornereien dann doch nicht so gut weil diese dann doch sehr schnell beschädigt werden können und das wäre natürlich sehr schade weil günstig sind die Uhren hier alle insgesamt nicht du kannst auch gerne in die Kommentare schreiben welche Uhr dir hier am besten gefällt was ich jetzt vielleicht auch hier vergessen habe was du noch hier erwähnen möchtest schreibst du einfach mal rein freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch wenn das Ganze gefallen hat dann lass auch gerne einen Daumen hoch da das freut mich und vor allem auch den Algorithmus ansonsten bedanke ich für deine Zeit Tschüss bis zum nächsten Mal